Herzlich willkommen zur Drehscheibe am Montag. Wann ist eine Erkrankung wirklich ein Notfall? Wenn man selber ein Problem hat, schwer einzuschätzen. Auch deswegen sind die Notaufnahmen oft überlastet. Und deshalb gibt es seit diesem Monat auch eine neue Regelung. Innerhalb von 2 Minuten sollen Ärzte entscheiden, Notfall oder eben nicht. So wie am Klinikum in Leverkusen. Beim Überholen auf der A30 in NRW ist ein Autofahrer am Abend offenbar zu schnell unterwegs. Und rast unter einen Sattelzug. Bis zur Windschutzscheibe verkeilt sich der Pkw. Die Gäste sitzen noch gemütlich am Kneipentisch und spielen Karten, als die Wirtin Alarm schlägt. Denn es brennt. Sonntag früh gegen 2 Uhr steht das Gaststättengebäude im westfälischen Rheine plötzlich in Flammen. Die 4 letzten Besucher können sich noch so gerade ins Freie retten und müssen miterleben, wie ihr Stammlokal abfackelt. Ab nach draußen. Bei diesem Wetter werden sämtliche Aktivitäten ins Grüne verschoben. Auch im Kleingarten von Ulrich Möller. In seiner Dortmunder Parzelle springen seine Enkelinnen sehr gerne auf einem Trampolin. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Denn das Trampolin ist ein Verstoß gegen die Gartenordnung. Ja, richtig so. Nicht nur Ulrich Möller ist genervt, auch die Menschen im schwäbischen Laubheim. Die sind extrem genervt. Und das von Saatkrähen. Seit Jahren fühlen die sich da nämlich besonders wohl und machen nicht nur sehr viel Lärm, sondern auch jede Menge Dreck. Sämtliche Vertreibungsversuche sind bisher gescheitert. Aber es gibt neue Hoffnung für die Anwohner. Und die kommt jetzt ausgerechnet aus der Luft. Das sind mal schwerste Bedingungen. Als Erste vor Ort, mitten im Chaos, wichtige Spuren finden, oft nicht ansprechbare Unfallbeteiligte. Wenn es auf deutschen Autobahnen kracht, dann müssen die Experten vom Verkehrsunfalldienst ran. Und wir begleiten Felix Müller und Mario Oevermann bei ihrem Job in Hannover. Nach einem ausgiebigen Essen im Restaurant erst mal das große Marmeladenglas mit 1 Centstücken auf den Tisch kippen und damit bezahlen. Ist ja schließlich auch Geld. Aber ist das eigentlich erlaubt? Und habe ich wirklich bei jedem Kauf ein Rückgaberecht? Im Alltag gibt es viele solche rechtliche Fragen. Und wir räumen für Sie damit auf und geben Antworten. Viel Ärger, viel Armut und viele Menschen auf einem Fleck. So sieht der Arbeitsplatz von Streifenpolizist Rainer Giese aus. Und trotzdem oder gerade deswegen liebt er seinen Job sehr. Denn er ist in einem Hamburger Problemstadtteil eingesetzt worden. Und da ist er mittlerweile richtig beliebt und fast schon so was wie ein Familienmitglied. Wir starten jetzt in eine neue Expeditionswoche hier in der Drehscheibe. Hagen Mikolas trifft gleich auf eine bemerkenswerte Familie, die sich nicht unterkriegen lässt. Und das trotz einem harten Schicksalsschlag. Die Zufallskoordinaten, die gibt es heute von Jonathan Appel. Es geht nach Sachsen-Anhalt in die Magdeburger Börde, mitten rein ins Grüne. Ja, allerdings. Vielen Dank an Hagen Mikolas und an das ganze Expeditionsteam nach Wandsleben. Morgen starten wir neu durch und dann in Bremen. Hasen lieben Möhrchen. Und weil der Osterhase ja bekanntermaßen am Wochenende die Ostereier bringen wird, können Sie ihm ruhig auch mal was Gutes tun. Normalen Karottenkuchen kann aber jeder. Und deswegen überraschen Sie den Hasen doch bitte zu Ostern. Und das geht ganz einfach und sehr effektiv mit diesen extrem leckeren, herzhaften Möhrentarts. Wir sind uns hier im Studio einig, wird direkt nachgebacken. Das Rezept zum Nachlesen finden Sie wie immer im Internet auf drehscheibe.ztf.de. Und das war es auch schon von uns am Montag. Die neuesten Nachrichten, die finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt im ZDF-Mittagsmagazin mit Norbert Lehmann. Darin geht es um den Anschlag in Stockholm. Schweden gedenkt der Opfer des Lkw-Attentates mit einer landesweiten Schweigeminute. Auch die Königsfamilie, die hat an der Zeremonie teilgenommen. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns sehr gerne morgen wieder um 10 nach 12. Bis dann, tschüss.